Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich dieses Video hier filmen soll. Ich wollte erst das Telefon von vorne abfilmen und das sah aber irgendwie auch alles nicht so toll aus und hat auch nicht so den gewünschten Effekt erzielt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wir nehmen die bekannte Perspektive von oben, Top-Down-Shot. Ich blende das hier gleich alles ein, was ich euch zeigen möchte. Denn heute wird es sehr spannend und sehr interessant, vor allem für die Leute, die in der HomeKit-App unterwegs sind und gerne mehr Benachrichtigungen haben möchten, als das, was wir eben aus der Home-App schon kennen. Das vielleicht mal zur Erklärung. Man kann in der Home-App ja Benachrichtigungen für verschiedene Geräte einstellen, sagen zum Beispiel, wenn ein Fenster geöffnet wird, schickt mir eine Benachrichtigung. Wenn ein Sensor etwas entdeckt, schickt mir eine Benachrichtigung und so weiter. Aber das ist sehr begrenzt und sehr beschränkt. Und es gibt eine App, und zwar ist diese hier, die Controller für HomeKit oder die Controller für Home-App, die das jetzt quasi aufgebaut hat. Die sind nicht die ersten. Es gibt auch andere, wie Push-Cut zum Beispiel, aber es gibt da ein entscheidendes Merkmal, was sie eben unterscheidet. Was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen die Controller-App, wir brauchen ein Pro-Abo. Ihr könnt es abonnieren. Ich blende euch den Abo-Preis hier gleich nochmal ein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was es kostet im Jahr. Oder ihr kauft es quasi einmal für 80 Euro. Das ist sehr viel. Aber es ist trotzdem immer noch, also es kann wirklich Probleme lösen, weil die App kann sehr viel mehr. Die App kann Backups von eurem HomeKit machen, kann die Codes quasi abspeichern von euren Geräten. Denn ihr könnt da ganz viele Sachen bauen. Wir können einmal ganz kurz gleich durchgucken. Ich starte hier mal schon mal die Bildschirmaufnahme und blende euch das mal hier gleich ein. Wir brauchen die Shortcuts-App und wir brauchen eine Idee, was wir machen wollen. Ich würde euch gerne heute zwei Sachen zeigen, also zwei verschiedene Dinge, die man damit machen kann, relativ einfache Dinge. Ich erkläre nebenbei auch so ein paar andere Sachen. Eventuell ist dann auch schon ein paar ein bisschen mehr klar, was man eben dann noch so mitmachen kann. Also das kann sich dann jeder auch ausprobieren. Haben auch eine ganz gute Dokumentation auf ihrer Webseite. Aber auch da, ja, ich glaube, wenn man das einmal so sieht, macht es sich doch ein bisschen leichter, das zu verstehen. Es ist so eine kleine Lernkurve. Man braucht halt eben eine Idee. Es ist halt immer cool, das zu haben. Und ja, man braucht halt eben die Idee. Okay, vielleicht noch als kleiner Disclaimer. Ich habe diese Lizenz hier zum Testen von den Leuten von Controller bekommen, aber für eine ganz, ganz alte Folge mittlerweile vom Techpool-Podcast. Wenn ihr auf Tech-Podcast steht und euch dafür interessiert, für Smart Home, für Tech-News, für Reviews von Produkten und so weiter, schaltet gerne beim Techpool-Podcast ein. Jede Woche eine neue Folge. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr freuen. Ich habe die App damals schon mal reviewt dafür und da haben die mir einen Code zur Verfügung gestellt. Und deswegen habe ich das hier natürlich noch und kann das jetzt auch genießen. Es gab vor kurzem Version 6 und da kamen die Notifications dazu. Wir schauen mal ganz kurz in die App rein. Und das ist eben hier die Startseite, die man sieht. Das ist nicht mein Haus, das ist ein Bild, das da immer drin ist. Und hier sehen wir schon, das ist an sich eine normale Home-App. Also man kann auch hier seine ganzen Geräte steuern. Es ist jetzt vielleicht nichts, was man sich an die Wand machen würde, auf einem iPad oder so, weil dafür ist es ein bisschen zu verschachtelt an einigen Stellen. Man hat seine Szenen, Automationen. Hier seht ihr das Backups. Ein Logs-Feature, was sehr, sehr gut ist. Ich habe nämlich mal was gesucht, weil irgendwie ein Gerät immer rumgesponnen hat bei mir und musste dann irgendwo rausfinden, wo das herkam, weil ich wusste, das muss durch einen Schalter oder so ausgelöst werden und habe dann einfach die Logs ausgelesen, habe die App einfach laufen lassen, man muss die App dazu öffnen und geguckt, wenn das wieder passiert ist, was das ausgelöst hat. Und das hat wirklich geholfen. Also das hat mir wirklich sehr geholfen. Haben auch Widgets und so weiter, NFC. Also hier ist wirklich viel drin. Und hier haben wir auch zum Beispiel Workflows. Workflows sind aufgebaute Szenen, würde ich mal sagen. Denn eine Szene ist ja immer, wie sie funktioniert, wie wir sie einmal eingestellt haben. Und ein Workflow kann aber, also eine cleverere Szene, die kann nämlich, oder also ein Workflow kann nämlich sagen, wenn ich bei einer Szene sagen will, schalte alle Lichter aus. Da muss ich ja jedes Mal, auch wenn ich eine neue Lampe habe, auch ein neues Licht hinzufügen. Ein Workflow kann quasi checken, wie viele Lichter gibt es in dem Haus, welche sind alle an. Ich schalte einfach alle aus. Also dann kann die Geräte zum Beispiel alleine da einlesen und immer wieder abfragen und so weiter. Das ist mega clever. Wenn ihr dazu gerne auch ein Video hättet und eine Erklärung, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich das gerne mal. Aber heute soll es um die Benachrichtigungen gehen. Wir schauen uns mal Benachrichtigungen an. Vielleicht einmal ganz kurz hier unten erstmal. Ihr habt das jetzt hier auch in groß. Hier unten sehen wir Server und lokal. Lokale Benachrichtigungen sind alles diese Benachrichtigungen, die auf dem Gerät passieren. Dafür braucht ihr theoretisch keine wirkliche Verbindung zu den Controller-Servern von den Controller-Leuten. Kann man sich zum Beispiel erinnern lassen. Ich habe hier zum Beispiel eine Backup-Erinnerung drin, die kriege ich immer am 1. Jahr des Monats. Da sagt mir dann die App, hey, mach doch mal ein Backup von deinem Homekit. Da ist wieder ein Monat um. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Könnte ich mir auch in irgendeine Reminder-App mit reinpacken, aber wenn das hier drin ist, warum nicht? Hier können wir ganz kurz mal den Aufbau schon uns mal anschauen. Also hier haben wir den Namen der Erinnerung, den Text, der angezeigt wird, ob sie aktiv ist, das Verhalten, da kommen wir später zu. Man kann sie, welche Aktionen man machen kann, indem man lange auf die Benachrichtigungen draufdrückt, haben wir jetzt hier zum Beispiel einmal Schlummern drin, da kann man die Zeit definieren. Und man kann auch etwas anderes noch hinzufügen. Also man kann richtig so ein Dropdown-Menü machen, wenn man länger auf die Benachrichtigungen draufdrückt. Da kann man nämlich auch eine Szene ausführen, einen Workflow ausführen oder eine Ansicht öffnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eben auf diese Geschichte jetzt hier sagen würde, ich würde da gerne ein Backup machen, wenn ich die Benachrichtigungen bekomme und länger draufhalte, dann kann ich hier die Ansicht auswählen und dann kann ich hier direkt mir sagen, was will ich mir jetzt anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel hier die Backups-Ansicht. Und wenn dann die Benachrichtigung reinkommt, dann habe ich halt quasi die Möglichkeit, das dann auszuwählen. Das zeige ich euch nachher nochmal anhand eines anderen Beispiels, aber nur, dass ihr das mal wisst. Und hier seht ihr, wann ich die immer kriege und hier unten kann man noch mehr Intervalle hinzufügen. So viel erstmal dazu. Das sind die lokalen Geschichten. Auch hier Standortgeschichten gibt es auch. Man kann auch hier zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe jetzt, verlasse das Zuhause, dann kriege ich Benachrichtigung, wenn noch Lichter angeschaltet sind zum Beispiel. Das kann man alles damit konfigurieren. Und dann gibt es hier unten Server. Und Server läuft über die Server von den Controller-Jungs, die das quasi und Mädels wahrscheinlich auch, die das steuern und die das Feature eingebaut haben hier. Es gibt andere Apps, die das auch können, zum Beispiel Pushcut. Aber Pushcut setzt immer voraus, dass man irgendwo ein Servergerät zu stehen hat. Also du brauchst immer noch ein anderes iOS-Gerät, was die ganze Zeit am Strom ist, die ganze Zeit die App offen hat und diese Serveransicht offen hat. Und das macht es für mich, ist zwar günstiger am Ende irgendwie so ein bisschen, obwohl man auch ein jährliches Abo bezahlen muss und irgendwann hat man das auch wieder raus, aber das war für mich nicht praktisch, weil ich immer gucken musste, ist das Gerät aufgeladen, ist es da und so weiter. Und das macht halt keinen Sinn. Hier bezahlt man quasi einmal und ich sage euch, auch wenn ich es jetzt nicht bekommen hätte mal damals, ich würde es jetzt auf jeden Fall kaufen, weil das wirklich Probleme für mich löst und mir Sachen erleichtert mit diesen Benachrichtigungen. Und es geht halt über deren Server. Und das ist halt das Coole. Du brauchst halt nichts irgendwie noch was anderes. Du schließt das hier einmal ab oder kaufst das einmal und dann hast du die Server von denen zur Verfügung. Was gibt es für Benachrichtigungen? Es gibt Sofortbenachrichtigungen. Die sind Sachen, die eben sofort zugestellt werden. Es gibt verzögerte Benachrichtigungen. Da kommen wir noch nachher zu. Das sind halt Benachrichtigungen, die ausgelöst werden, aber dann trotzdem erst zu einer vordefinierten Zeit verschickt werden. Dann gibt es geplante Benachrichtigungen. Die kann man eben einfach nochmal sagen, wann sie dann geschickt werden sollen. Also die werden ausgelöst, werden aber, weil ich sage, es soll am, weiß ich nicht, wenn irgendwie jemand klingelt, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn jemand klingelt und ich habe eine HomeKit-Klingel, dann soll die Benachrichtigung nächsten Tag um 15 Uhr kommen. Aus der App nochmal extra raus. Also eine zusätzliche Benachrichtigung. Nicht die aus der Home-App, sondern aus der Controller-App kommt dann. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Man kann dann, es ist nicht nur verzögert, sondern geplant verzögert. Ich glaube, das erklärt es sogar noch relativ gut. Und dann gibt es die Zählerbenachrichtigungen. Komme ich auch nachher nochmal zu. Hier unten kann man zur Dokumentation und Geräte und Geheimnis, da kann man jetzt mal draufklicken. Das muss ich aber jetzt hier ausblenden. Hier sieht man die Geräte, die quasi mit der App verbunden sind. Man kann natürlich die Controller-App auf verschiedene Geräte installieren. Ich habe es jetzt auf dem MacBook Pro noch installiert. Ich wollte es auch noch auf dem iPad machen, weil da kann man dann auch da die Benachrichtigung bekommen. Hier unten steht Geheimnis. Das ist quasi mein Geheimnis. Das ist mit der App, und zwar ist hier ein Code. Der ist unique. Der ist für mich personalisiert. Und den finde ich auch in allen URLs, wieder die, die für die Benachrichtigung benötigt werden. Müsst ihr jetzt nicht verstehen. Werdet ihr gleich sehen. Und die ist halt eben nur für mich. Und deswegen darf man die nicht teilen. Sollte man nicht teilen. Ihr seht, man kann auch ein neues Geheimnis erzeugen, wenn man möchte. Falls man es doch mal versehentlich irgendwie in einem YouTube-Video gezeigt hat, dann kann man das neu erstellen. Man muss aber alle seine Benachrichtigungen darauf auch anpassen. Aber ich zeige es euch eben nicht, deswegen passt das soweit. Das braucht ihr aber. Und wir wollen jetzt mal Benachrichtigungen erstellen. Und zwar fangen wir mit etwas an, was ich jetzt hier schon eingerichtet habe für die Badezimmerfenster. Denn es ist die kalte Jahreszeit. Es ist wirklich kalt draußen geworden mittlerweile. Und man will ja nicht, also mir passiert es oft oder ist es oft passiert, bevor ich das hier hatte, dass ich nach dem Duschen oder so oder generell beim Lüften auch mal vergessen habe, ein Fenster zu schließen. Weil man macht dann irgendwas nebenbei und schon sind irgendwie 30 Minuten um oder sowas. Und das kann man hiermit eben zum Beispiel realisieren mit einer verzögerten Benachrichtigung. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz durch, was wollen wir jetzt haben? Wir wollen ein Fenster öffnen. Wenn das Fenster geöffnet wurde, wollen wir 20 Minuten später eine Benachrichtigung bekommen, dass dieses Fenster noch offen ist. Und das stellen wir jetzt einfach mal ein. Also das ist wirklich einfach, wenn man dann weiß, wie, ist es wirklich easy. Wir erstellen uns zuerst eine Benachrichtigung. Hier sehen wir nochmal, was wir so alles erstellen können. Wir wollen jetzt eine verzögerte Benachrichtigung, weil wir wollen ja nicht benachrichtigt werden, wenn das Fenster geöffnet wird, sondern eben ab einer Spanne, die wir jetzt quasi bestimmt haben. Wir nennen das jetzt einfach mal Bürofensterreminder. Das ist der Name. Der wird dann auch angezeigt. Und dann gibt es noch den Text, der auch angezeigt wird. Und zwar sagen wir mal, das Bürofenster ist noch offen. Einfach mal so. Das wird mir dann angezeigt und das kann ich dann sehen. Sollen die zugestellt werden? Ja, sollen zugestellt werden. Verhalten, neueste Benachrichtigung behalten. Ist jetzt hier, wie gesagt, hier gibt es nur alle Benachrichtigungen behalten oder neueste behalten. In dem Fall wollen wir nur die neueste behalten. Wir wollen ja auch nur eine bekommen. Welche Aktion soll ich ausführen können? Denn ich denke mal, schlummern kann man drin lassen. Falls man sagt, gut, ich will es noch fünf Minuten offen lassen oder so, dann können wir jetzt hier mal schlummern auf fünf Minuten stellen. Und dann müssen wir noch einstellen, wie lange die Verzögerung sein soll. Also wie lange nach dem Öffnen des Fensters wollen wir diese Benachrichtigung bekommen? In Minuten. Machen wir jetzt mal eine. Ist natürlich nur zur Veranschaulichung. Ihr könnt ja jede Zahl eintragen, die ihr wollt. Verschieben zulassen? Ja, kann man auch. Also man kann das dann nochmal verschieben. Welche Geräte sollen das bekommen? Das iPhone 14 Pro in dem Fall jetzt hier. Das MacBook Pro könnte ich jetzt hier auch anwählen. Ich lasse es jetzt mal auf dem iPhone. Hier unten stehen die URLs. Einmal die Benachrichtigung veranlassen und einmal die Benachrichtigung absagen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt lesen könnt, weil ich es, wie gesagt, blören muss wegen der URL. Aber es gibt zwei URLs. Die eine brauchen wir, um die Benachrichtigung zu triggern. Und die andere brauchen wir, um sie quasi dann wieder abzusagen, falls wir sie doch nicht mehr brauchen. Weil es kann ja auch sein, und jetzt kommt eben das Schlaue an der ganzen Sache, Es kann ja auch sein, dass wir vor den zum Beispiel 20 Minuten oder jetzt innerhalb dieser einen Minute das Fenster schon wieder schließen. Weil wenn wir das tun, dann wollen wir die Benachrichtigung ja nicht noch bekommen, dass das Fenster noch geöffnet ist. Und deswegen gibt es eben diese zweite URL hier, mit der man die Benachrichtigung quasi wieder canceln kann. Ich zeige euch das gleich. Das ist jetzt erstmal hier unsere Benachrichtigung. Die speichern wir uns jetzt erstmal ab. So. Ist sie gespeichert? Sehen wir jetzt hier Bürofenster Reminder. Wird an ein Gerät geschickt. Und der Text, den wir dazu brauchen. Jetzt brauchen wir die Kurzbefehle-App. So. Und das sind unsere Kurzbefehle. Wir gehen hier unten auf Automation und erstellen eine neue Automation. Hier oben mit dem Plus. Und machen aber keine persönliche Automation, sondern eine Automation für das Zuhause erstellen. Und jetzt nehmen wir einfach mal, wenn ein Sensor etwas entdeckt, und dann suchen wir uns den Fenstersensor hier mal raus. Das ist der. Wenn das kleine Fenster hier im Büro geöffnet wird, das können wir jetzt erstmal, das ist eigentlich tatsächlich nicht ganz so wichtig, was ihr jetzt hier macht, aber stellt es gerne ein, wenn ihr möchtet. Dann soll was passieren. Und jetzt können wir natürlich was auswählen, was passieren soll. Das scrollen wir jetzt ganz nach unten und haben dann hier in Kurzbefehl konvertieren. Da klicken wir drauf. Und dann switcht das wieder in den Kurzbefehl zurück. Wir bekommen hier eine Ansicht, die quasi vordefiniert ist. Die können wir aber löschen. Was wir jetzt brauchen, ist ein Wenn-Befehl. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Jetzt brauchen wir, jetzt bauen wir uns quasi unseren Wenn-Befehl. Also wenn, und hier haben wir das Glück, wenn wir auf die Eingabe gehen, können wir hier Zubehör aus unserem Home auswählen. Und das ist nämlich der Trick. Wenn, kleines Fenster, nicht der Name, sondern der Sensor-Status in dem Fall, ist geöffnet. So, das wollen wir ja. Wenn es geöffnet wird, soll die Benachrichtigung quasi losgeschickt werden, soll aber eben erst bei uns verspätet ankommen. Jetzt gehe ich zurück in die Controller-App, gehe in meinen Reminder rein und kopiere mir hier die URL fürs Veranlassen. Einmal drauf tippen, kopiert er das automatisch. Und jetzt brauchen wir einen neuen Befehl hier drin, der nennt sich Inhalte von URL abrufen. Den fügen wir erstmal jetzt hier ein und schieben den unter unser Wenn, weil das soll ja danach passieren. Und jetzt ist es, und ich glaube jetzt dämmern es ja wahrscheinlich den meisten, wenn der Sensor-Status geöffnet ist, dann sollen die Inhalte quasi abgerufen werden. Er ruft dann die URL ab, wenn der quasi, wenn das gemacht wurde. Die URL liegt ja auf den Servern von den Controller-Leuten und diese URL auf den Servern, die das quasi intriggert, triggert unsere Benachrichtigung, aber eben erst mit der Verzögerung, die wir eingestellt haben. Könnten wir auch sofort machen, aber das ist ja Quatsch, weil das ging über die Home-App ja auch, sondern wir wollen ja eine Verzögerung haben. Und das machen wir jetzt erstmal und dann gucken wir uns gleich noch den Rest an. Ich habe mir gerade überlegt, wir machen es doch nochmal ein bisschen anders. Wir machen das gleich direkt fertig. Wir gehen nochmal in unsere Automation rein, die wir gerade erstellt haben, in unsere Büro-Kleines-Fenster-Öffnen-Automation und gehen nochmal in diesen Kurzbefehl und bearbeiten den nochmal. Denn wir haben ja auch noch, ich habe ja gerade erzählt, wir haben ja auch die Möglichkeit, wenn das Fenster geschlossen wird, die wieder zu canceln. Da erkläre ich euch den kompletten Ablauf einmal. Den kompletten Ablauf einmal. Jetzt wollen wir sonst, also wenn das geöffnet wird, wollen wir sie aktivieren, die Benachrichtigung. Sonst, also wenn es geschlossen wird, das ist ja sonst, das brauchen wir nicht definieren, brauchen wir nochmal eine URL. Die packen wir unter sonst. Und jetzt holen wir uns die URL aus unserer App hier quasi. Die ist die untere. Benachrichtigung absagen. Tippen einmal drauf, kopieren die. So. Und dann haben wir die hier auch drin. Und so ist der quasi der Kurzbefehl jetzt aufgebaut. Wenn ein kleines Fenster geöffnet ist, dann soll es quasi die Benachrichtigung starten. Und wenn nicht, wenn es quasi geändert wird, dann soll es abgebrochen werden. Jetzt können wir es speichern. Jetzt gehen wir in die Controller-App, gehen hier auf Automationen und suchen uns eben die Automation, die wir gerade gebaut haben und müssen hier eine ganz wichtige Sache einstellen. Denn hier, seht ihr, ist nur Sensor-Status ist offen weiterhin drin, weil das haben wir am Anfang so definiert. Das geht nämlich sonst anders nicht in der Home-App. Man muss offen oder geschlossen wählen. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, dass das hier noch da drin stand und dann hat dieses Absagen nicht funktioniert. Also wenn jemand vorher das Fenster geschlossen hat, habe ich trotzdem immer die Benachrichtigung bekommen. Genau. Und dann muss es hier auswählen und dann muss man bei Wertänderung, nicht nur wenn Wert entspricht, sondern bei jeder Wertänderung, dann wird jede Wertänderung des Sensors quasi getriggert und triggert dann eine Automation. Das heißt, beim Öffnen sowieso, ist ja klar, und beim Schließen aber eben auch wieder. Und dann funktioniert es. Und das ist es auch schon. Jetzt machen wir es mal folgendermaßen. Ich werde mal das Fenster jetzt hier öffnen, kurz, und euch dann quasi abholen, sobald die Benachrichtigung nach einer Minute reinkommen sollte. Bevor die Automation, bevor die Benachrichtigung kommt, können wir mal ganz kurz reinschauen auch. Wir sehen hier, jetzt auch in der App, dass es losgeschickt wurde. Am 29.11. um 22.37 Uhr kommt die an. Das ist der, so könnt ihr das auch mal prüfen. Ihr könnt ihr übrigens auch oben in der, die Glocke, über die Glocke das quasi sehen. Aber wir warten das jetzt mal ganz kurz ab. So, und da ist unsere Benachrichtigung. Bürofenster-Reminder, das Bürofenster ist noch offen. Und wenn ich jetzt drauf drücke, seht ihr hier, dass wir unsere 5-Minuten-Snoos quasi auch einstellen können, wenn wir das möchten. Und, oder halt eben diese Aktionen, die wir dann noch hätten hinbauen können. Und das ist doch ziemlich, ziemlich gut. Also das hilft mir wirklich sehr, eben die Fenster nicht zu vergessen. Ich habe es an beiden Badezimmerfenstern quasi jetzt installiert, so dass ich da, sind eh Sensoren dran, dass ich das dann auch direkt für mich nutzen kann. Das finde ich mega praktisch und ist eine der ersten richtig coolen Sachen, die man hiermit machen kann. Und das kann man halt natürlich auch weiterspinnen. Wie gesagt, man braucht halt eine Idee und einen Plan und vielleicht ein Problem, was man lösen will. Das kann man ja theoretisch mit allem irgendwie machen, woran man erinnert werden will, nachdem es eingeschaltet wurde. Es gibt ja auch Dinge zum Beispiel, Dinge, die Strom haben. Man will das einschalten und man lädt irgendwas auf oder so. Man weiß, man lädt mit einer Steckdose immer nur irgendwas auf. Dann lässt man sich halt nach 2 Stunden erinnern, hey, das lädt noch. Soll es noch weiterladen oder willst du es ausschalten? So eine Sachen kann man damit halt realisieren. Wie gesagt, man braucht halt eben die Idee. Genau, jetzt ist das hier auch weg und ihr seht hier oben, die Benachrichtigung ist ja noch drin. Die werden auch hier dann immer ganz brav angezeigt. Das war das Erste. Mit dem Abbrechen zeige ich euch jetzt nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Glaubt mir einfach, das passt soweit. So, das Fenster ist wieder zu. Wir machen noch eine und zwar machen wir eine Zählerbenachrichtigung. Das ist tatsächlich relativ spannend, denn es gibt ja Dinge, also Sie beschreiben das hier als Beispiel zumindest, man hat seine Kaffeemaschine 30 Mal benutzt. Jetzt wäre es mal Zeit, sie zu reinigen. Wenn die Kaffeemaschine es nicht von allein ansagt, ist es doch super. Setzt natürlich voraus, dass man seine Kaffeemaschine an einer smarten Steckdose hat, die man über HomeKit steuert, dass es eben auch gezählt werden kann. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wie ein Sensor hat dreimal eine Bewegung entdeckt. Dann kriegst du da eine Benachrichtigung. Nicht beim ersten Mal, sondern vielleicht beim dritten Mal. Das ist ja auch vielleicht gar nicht so unpraktisch. Kommt immer auf das Szenario an. Und ich sage euch, das hier, also generell diese ganze Benachrichtigungsgeschichte bei Controller ist unfassbar mächtig. Ich werde da auch noch ganz viel mit rumspielen. Also wenn ihr Bock habt, mal irgendwann ein Update-Video davon zu bekommen, was ich damit so gebaut habe in den nächsten Wochen, Monaten, dann wie gesagt gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen lassen. Wir machen eine Zähler-Automation. Die nennen wir jetzt einfach mal Steckdosenzähler. Denn ich habe hier etwas vorbereitet. Und zwar diese Philips Hue, diesen Philips Hue-Plug hier, der hier am Strom hängt. So, und was passiert jetzt quasi? Wir bekommen diese Benachrichtigung, wenn wir quasi ein Gerät, machen wir das mal ganz einfach, ein Gerät x-mal eingeschaltet haben. Ich habe jetzt hier mich mal für drei entschieden. Die Steckdose wurde dreimal benutzt. Das wäre der Text, den ich bekomme, als Benachrichtigung. Lassen wir alles. Auch hier müssen wir neueste Benachrichtigung behalten. Auf jeden Fall drin lassen, weil es soll ja immer die neueste gezählt werden. Also muss sie auch drin bleiben. Ein Schlummern können wir theoretisch einstellen. Ja, kommt erst mal ein bisschen drauf an. Wenn man zum Beispiel seine Kaffeemaschine damit reinigen will, aber sie eben nicht morgens reinigen will, kann man ja zum Beispiel auch sagen, das soll mich in sechs Stunden nochmal erinnern. Aber da habe ich Zeit dafür. Sowas, dann macht das schon Sinn. Können wir jetzt hier lassen. Unser Zielwert, den können wir hier definieren. Der ist jetzt drei. Und dann ist es noch wichtig, ob man das automatisch zurücksetzen lassen möchte oder eben manuell. Manuell macht natürlich mehr Sinn bei einer Kaffeemaschine zum Beispiel, wenn man sie gereinigt hat. Weil man will ja erst auch zurücksetzen den Zähler, wenn man sie eben gereinigt hat. Kann ja auch sein, dass man mehr als 30 macht, wenn man zu faul ist an dem Tag oder keine Zeit hat. Und dann will man den Zähler manuell zurücksetzen müssen. In unserem Fall reicht aber automatisch aus. Und das Gerät ist jetzt auch erst mal nur das iPhone. Hier haben wir dann wieder die URL, die zwei URLs. Einmal den Zähler erhöhen. Wird er erhöht, wenn die URL benutzt wird. Und zurücksetzen geht eben auch. Dafür gibt es dann eben auch noch mal einen speziellen Befehl. Wenn man irgendwie was dazwischen machen will, weiß ich nicht. Das kann man dann auch variieren. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber vielleicht hat man noch einen Button oder so daneben irgendwo. Wenn man den drückt, dann wird der auch manuell zurückgesetzt. Dann muss man die App nicht öffnen. Irgendwie sowas. Dann kann man sich bestimmt auch was einfallen lassen. Speichern wir erst mal ab. Jetzt gehen wir wieder in unsere Kursbefehle. Den ganzen Kram machen wir wieder mit den Automationen. Wir gehen auf Automation. Automation wird es zu Hause. Und machen wir, wenn ein Gerät gesteuert wird. Und jetzt muss ich mal ganz kurz die Steckdose hier suchen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Ich glaube so. Uplug Unused ist das. Gehen auf Weiter. Machen wir auf Aktiv. Und Weiter. Scrollen wieder ganz nach unten zum Kursbefehl konvertieren. Und hier ist es sogar noch ein bisschen einfacher als gerade eben. Hier suchen wir uns jetzt einfach nur den URL-Befehl raus. Also wieder Inhalte von URL abrufen. Gehen wieder in Controller. Suchen wir uns das hier raus. Steckdosenzähler. Und unsere Zähler erhöhen. URL. Und fügen die hier ein. Denn immer wenn der Stecker angeschaltet wird. Das haben wir ja gerade eingestellt schon. Wird jetzt quasi die URL abgerufen. Und setzt diesen Zähler eben hoch. So. Machen wir weiter. Zähler. Machen wir schön mit Linie. Test. Steckdose. Dass ich das einfach auch später wieder weiß, was das ist. Auch hier sehen wir wieder Standardraum. Ist jetzt hier die Uplug aktiviert. Dann wird quasi der Kurzbefehl ausgeführt. Das war es auch schon. So. Wir können ja jetzt mal einfach in die Home-App reingehen und uns die mal raussuchen. Die Steckdose. Hier ist sie. Machen wir sie einmal an. Angeschalten. Und jetzt müsste. Ja. Und jetzt haben wir hier in der App eins von drei. Ich habe das gerade mal probiert. Es geht leider nicht, wenn man sie manuell ein- und ausschaltet. Das checkt das System scheinbar irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade. Gut. Können sie wahrscheinlich nichts für. Weil eben ja nur die Home-Kit. Das Home-Kit benutzen dann quasi getriggert wurde. Jetzt machen wir das einfach noch zweimal. Wieder aus. Wieder ein. Ihr könnt den Status wie gesagt hier auch immer abrufen, aber ihr müsst manchmal die Seite neu laden. Die wird nicht sofort immer instant abgerufen. Zwei von drei haben wir. Und jetzt machen wir das dritte Mal. Und da ist unsere Benachrichtigung. Die Steckdose wurde dreimal benutzt. Können wir uns nochmal erinnern lassen. Oder wir hätten jetzt auch was anhängen können. Also ihr seht schon. Machen wir wieder aus. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Also wirklich gar keine Ahnung, was man da alles machen kann. Ja. So viele Möglichkeiten. Also vor allem diese Zählergeschichten. Man kann, weiß ich nicht, wenn man, es gab ja, es gibt auch so Beispiele von Ihnen, wenn Sie 15 Mal in deinem Bett geschlafen haben, die Bettbäsche zu wechseln und sowas alles. Also da kann man seine ganzen Geräte eben mit einbinden. Und das macht es so mega spannend. Und ich überlege halt auch über ganz viele Dinge noch, die man eben so machen kann. Man kann Dinge kombinieren. Ja. Das Fenster ist offen, aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Oder die Raumtemperatur ist 23 Grad und die Heizung heizt noch weiter und so. Die Heizung ist angestellt. Willst du sie runterreißen? Also es gibt ja so viele Szenarien, wie gesagt, die kann ich jetzt hier gar nicht alle abbilden. Das Video ist jetzt eh schon wieder lang genug geworden. Ich wollte es euch aber einfach gerne mal zeigen. Ist sicherlich was nicht, was, äh, ist eher sicherlich ein Nischenthema. Ja. Äh, für nicht jeden irgendwie gebracht. Aber vielleicht hat ja irgendwer jetzt da einen besseren Blick für bekommen, ein paar Ideen bekommen. Ich finde es mega gut. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung auch zur Dokumentation, ähm, auch zum Techbook-Podcast. Wie gesagt, auch da schaltet sehr gerne ein, wenn ihr euch auch eben für Smart Home und Technik interessiert. Und dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Wir sehen uns aller spätestens beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.